Hallo Filmstaatsfans, ich bin Sebastian und euch ist ja sicherlich auch aufgefallen, dass in letzter Zeit, selbst bei großen Blockbustern, das CGI nicht wirklich das Tollste ist. Jetzt gibt es einen Film im Kino, nämlich The Creator von Gareth Edwards, der uns zeigt, wie man mit wenig Budget tatsächlich auch gute CGI kreieren kann. Und darüber will ich mit euch jetzt mal sprechen, weil es gibt jetzt wirklich keinerlei Ausreden mehr, warum nicht selbst 200 Millionen Dollar Produktion gute Sachen abliefern können. Warum es da trotzdem Probleme gibt und warum The Creator uns zeigt, wie man es in Zukunft besser machen kann, darüber will ich mit euch jetzt sprechen. Dabei wird es natürlich den ein oder anderen kleinen Spoiler vielleicht geben, ihr seid hiermit gewarnt worden. Früher, zu Beginn des Films, sahen Special Effects noch so aus. Da musste wirklich jeder am Set genau Bescheid wissen, was man hier macht, weil man eben auf sehr, sehr praktische Art und Weise gearbeitet hat. Da musste der Kameramann genauso Bescheid wissen wie der Beleuchter und wie der Regisseur, wie man jetzt hier ein Bild einstellt, um hier etwas gigantisch Großes zu zeigen oder halt einfach etwas zu präsentieren, was es so in der Realität einfach nicht geben kann. Und mit der Zeit haben sich die ganzen Special Effects natürlich erweitert. Irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wo wir dann über das berühmte CGI, also Computer Generated Imagery, sprechen. Weil hier ist man dann weggegangen von den sogenannten Matte Paintings, wo man halt dann einfach auf irgendwelche Glasplatten Landschaften gemalt hat, die man denn durch Kamerawinkel so positionieren konnte, dass es dann auch so sah, als wenn man in einer ganz, ganz anderen Welt wäre. Und neben Matte Paintings sind dann natürlich auch so Sachen verschwunden wie Puppen, wie Maske, weil man einfach immer mehr und mehr zu diesem Punkt kommt, ist zu sagen, okay, wir kriegen es alles einfacher hin, indem wir es durch Computer machen. Aber die Frage ist ja natürlich, ist es jetzt wirklich alles so eine große Besserung? Weil ihr kennt es ja wahrscheinlich selbst alle. Alte Filme, die ihr jetzt schaut, sind natürlich manchmal auch nicht so gut gealtert, wenn da noch irgendwelche CGI-Effekte drin sind. Und das bringt uns jetzt zum eigentlichen Problem, nämlich der Frage, warum zur Hölle ist das CGI denn in letzter Zeit so schlecht geworden? Wir haben riesengroße Blockbuster mit 200, mit 300 Millionen Budget, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, wie kann denn das sein? Ich meine, erinnert euch an den Floating Head aus Thor 4 oder denkt bitte an das merkwürdige CGI aus The Flash. Und das sind alles große Blockbuster gewesen. Wir können noch elendig weiter rezitieren, was es noch alles für Beispiele gibt. Und ihr könnt es gerne auch in den Kommentaren tun, was so die Filme sind, die richtig viel gekostet haben, die aber furchtbar schlechte CGI hatten. Interessiert mich sehr, was es dann noch so für Beispiele von euch gibt. Und gleichzeitig kommt ja auch noch sowas dazu, dass Schauspieler jetzt digital verjüngt werden, um hier halt wirklich zu zeigen, okay, wir können mittlerweile eigentlich mit CGI alles machen. Aber genau das ist das Problem. Und da müssen wir jetzt mal so ein bisschen ansetzen, weil es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Probleme und unterschiedliche Ursachen. Eins der größten Probleme, was wir in letzter Zeit ja vor allen Dingen durch die ganzen Marvel-Produktionen mitbekommen haben, ist einfach das Problem der Zeit. Wir sind nämlich mittlerweile einfach in einer Art Fließbandproduktion angekommen. Und wie gesagt, da muss ich einfach nochmal auf Marvel kommen, weil wir haben sehr, sehr viele Filme, wir haben noch mehr Serien und die müssen natürlich auch alle mit CGI verarbeitet werden. Und wir erinnern uns alle noch an She-Hulk und Co. und was nicht noch. Das Problem ist hier jetzt, die ganzen FX-Künstler, also die Special-Effects-Künstler, haben überhaupt nicht mehr die Ruhe und die kreative Freiheit, um sich jetzt hier so ein bisschen austoben zu können, weil ihnen einfach die Zeit im Nacken hängt, weil das Studio immer wieder sagt, okay, wir brauchen dich jetzt aber schon wieder für den nächsten Film oder für die nächste Serie. Damit geht hier wahnsinnig viel verloren. Gleichzeitig ist ja auch das Problem, dass viele der Regisseure dann überhaupt nicht mehr so das Gespür haben, wo setze ich denn jetzt einfach gut das CGI ein? Wie stelle ich das jetzt alles dar? Wie stelle ich meine Charaktere auf? Wie werden auch die Sets irgendwie gebaut, damit es alles schlüssig ineinander übergeht? Und dabei dann noch immer diesen Zeitdruck zu haben, sorgt einfach dafür, dass wir gerade bei so großen Blockbuster-Produktionen, und das ist jetzt nicht nur Marvel, das ist nicht nur DC, es gibt auch bei Netflix und Co. genügend Beispiele für wirklich schlechtes CGI, dass das einfach nicht mehr sitzt. Dazu kommt ja dann auch noch, dass bei vielen dieser Produktionen sehr häufig irgendwelche Nachdrehs gemacht werden, wo dann auch nochmal wieder das CGI verändert werden muss. Und somit ist Zeit und der damit verbundene Druck wirklich eins der größten Probleme. Gleichzeitig sind wir aber mittlerweile auch an einem Punkt angekommen, wo praktische Effekte so toll und wunderbar sie sind, und die überleben ja auch so ein bisschen den Test der Zeit. Aber praktische Effekte sind mittlerweile ja sehr viel aufwendiger, weil man natürlich Kostümbildner braucht, man braucht wirklich kleine Erfinder, die da sich mehr und mehr Sachen ausdenken, wie man das irgendwie am besten machen kann. Da ist es natürlich einfach zu sagen, okay, wir setzen uns an den Computer, und es funktioniert dann irgendwie so. Aber wir haben auch Beispiele, die uns zeigen, okay, es funktioniert eben genau nicht. Erinnert euch zum Beispiel an das Prequel zu Das Ding aus einer anderen Welt, The Thing von 2011. Der wurde gedreht und alle Effekte, die man während der Dreharbeiten machte, waren praktische Effekte. Trotzdem kam das Studio danach an und hat gesagt so, ja, nee, vielleicht machen wir da doch lieber ein bisschen mehr mit CGI. Und dementsprechend sieht das dann da auf einmal auch nicht mehr gut aus. Oder ein anderes Beispiel. Nehmt mal bitte den Film Ruf der Wildnis von 2020 mit Harrison Ford. Eine Jack London-Verfilmung, über die ich mich bis heute wegen einem einzigen Punkt totlachen kann. Weil im Film gibt es einen Hund. Und dieser Hund ist CGI. Da merkt man halt auch wieder, okay, es ist sehr kompliziert, mit einem echten Tier zu arbeiten. Deswegen gibt es ja auch diese alte Hollywood-Regel, arbeite nie mit Kindern und nie mit Tieren. Und Ruf der Wildnis hat sich das angenommen und gesagt, okay, dann machen wir halt einen CGI-Hund. Da wurden dann Hunde in Motion-Capturing-Anzüge gepackt. Da gab es einen richtigen Schauspieler, der dann gemeinsam mit Harrison Ford hier Hund und Mann gespielt hat. Und man sieht es dem Film leider einfach an, dass hier CGI im Spiel ist und keine praktischen Effekte. Also ein einfacher Hund. Und natürlich gibt es auch das gute Gegenbeispiel. So jemand wie Christopher Nolan ist da das Paradebeispiel schlechthin. Weil Nolan sagt sich, je weniger CGI ich in meinem Film habe, umso besser ist das Ganze. So gibt es ja die berühmte Anekdote, dass der Flugzeug-Crash in Tenet, wo eine riesige Boeing 747 in eine Flugzeughalle rast. Das hat er einfach echt gemacht, weil er sich gesagt hat, okay, per CGI würde es in etwa genauso viel kosten, aber es würde nicht so toll aussehen, wie wir es hier haben. Auch das ist natürlich für viele Produktionen dann irgendwo immer die Entscheidung, haben wir denn auch wieder die Zeit, sowas zu bauen? Da sind wir wieder bei diesem Zeitproblem, weil das braucht man hier natürlich auch. Mittlerweile gibt es ja dann auch noch andere Möglichkeiten, wie man CGI besser in ein natürlicheres Konstrukt am Set einbaut. Und da kommt zum Beispiel etwas ins Spiel, was The Mandalorian uns geliefert hat, nämlich das sogenannte Stagecraft-Set. Das ist ja dann wie Greenscreen, nur mit riesengroßen Monitoren. Das heißt, die Schauspieler agieren nicht mehr vor einer grünen Wand, so wie ich es hier tatsächlich in Realität ja tun würde. Nein, da kann man tatsächlich dann direkt die Bilder drauf werfen. Was gerade für die Kameraleute gut ist, weil dadurch kann man dann auch die Lichtverhältnisse besser so einstellen, dass es etwas natürlicher wirkt. Trotzdem birgt natürlich auch das eine Gefahr, weil wir sehen diese Stagecraft-Technologie mittlerweile in sehr, sehr vielen Filmen. Wir sehen sie auch in sehr, sehr vielen Serien. Und ganz, ganz findige Leute erkennen natürlich irgendwann auch, ja okay, das ist auch kein richtiges Set, sondern halt nur CGI. Und das nutzt sich natürlich irgendwann auch ab, weil natürlich sind es Schauspieler auch immer wieder gewohnt, vor grünen Wänden zu agieren. Aber richtige Sets geben einem da natürlich noch mal deutlich mehr. Und deswegen ist diese Stagecraft-Technologie an sich nichts Schlechtes, aber man sollte sich auch nicht zu sehr darauf festsetzen. Das letzte Problem, was ich mit euch im Zusammenhang mit CGI an sich noch besprechen möchte, finden wir dann wieder vor allen Dingen in den großen Superhelden-Produktionen. Weil ähnlich wie wir es in diesen Filmen haben, es muss immer größer, es muss immer krasser, es muss immer besser werden. Und das kann man natürlich auch auf CGI sagen, weil wenn man sich die Avengers 1 anguckt und dagegen Avengers Endgame anschaut, das sind natürlich ganz unterschiedliche CGI-Schlachten. Aber wenn Avengers Endgame sowas ähnliches gemacht hätte wie Avengers 1, dann wären wir wahrscheinlich irgendwo auch ein bisschen unzufrieden gewesen, weil wir uns sagen so, hm, so hatten wir es jetzt nicht vorgestellt. Das war ja früher irgendwie alles ganz anders. Aber das ist halt einfach dieses Problem, CGI will sich natürlich auch immer wieder übertrumpfen, übertreffen und da dann die ganzen Probleme mit der Zeit, die Tatsache, dass man vielleicht nicht mehr so wirklich einen Regisseur hat, der auch alles im Blickfeld hat, das sorgt dann am Ende dafür, dass wir sehr, sehr viele Filme haben, wo wir einfach sagen so, ja, also das CGI sieht scheiße aus. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, über den ich ja eigentlich mit euch sprechen wollte, nämlich The Creator von Gareth Edwards. Und bei dem Film muss man sich ein paar Sachen deutlich machen. Zuallererst, dieser Film hat nur 80 Millionen Dollar gekostet. Das ist mittlerweile für Blockbuster-Verhältnisse ja schon fast Low-Budget-Film, weil 80 Millionen, das verbrennt Marvel allein nur für Special Effects und trotzdem fragen wir uns, okay, wo landet das ganze Geld? The Creator macht aber jetzt wirklich ein paar Sachen, wo man sich denkt, okay, wenn das die Zukunft auch vom CGI in Blockbustern wird, dann bin ich gerne bereit dafür, weil das CGI, die ganzen Effekte in diesem Film sind unglaublich fantastisch. Dazu kommt, dass ein Gareth Edwards sich natürlich auch auskennt, weil er eben aus diesem Bereich kommt, wo er früher auch mal seine eigenen Effekte erstellt hat. Gleichzeitig wurde dieser Film dann auch mit sehr, sehr kleinen Kameras gedreht. Kameras, die kleiner sind als die, in die ich jetzt hier gerade spreche. Er hat nämlich kleine Sony-Kameras benutzt, die trotzdem in der Lage sind, IMAX-fähige Bilder zu erzeugen. Und das muss man sich hier einfach auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Produktion ist dadurch wesentlich erleichtert worden. Während ein Nolan fette, Kilo-schwere IMAX-Kameras durch die Gegend schleppt, die, wenn die einmal kaputt gehen, gleich mehrere Millionen Dollar kosten, ist diese kleine Sony-Kamera, die ein Gareth Edwards benutzt hat, gerade mal im Bereich von 4.000 Dollar oder so. Das lässt sich viel leichter ersetzen, liefert trotzdem wahnsinnig gute Bilder. Zusätzlich hat er mit seinem Team dann auch noch bewegliche Lichter entwickelt, wodurch er hier wirklich sehr, sehr frei agieren kann. Und was dann noch oben drauf kommt, ist ein Punkt, über den wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen müssen. Denn er hat einen echten Sets gedreht. Und mittlerweile sind wir gerade bei vielen großen Produktionen ja an dem Punkt angekommen, die setzen sich halt einfach in diese Stagecraft, die setzen sich in irgendein Studio, da gibt es grüne Wände und das war's. Für die Schauspieler gibt es dann nicht viel, worauf sie reagieren können. Gareth Edwards geht jetzt wieder zum klassischen Filmemachen zurück. Er ist mit seinem Team wirklich an 80 unterschiedlichen Locations gewesen, hat in Indonesien, in Japan, in Thailand, in Kambodscha und sonst wo gedreht, um hier wirklich auch einfach uns Bilder zu liefern, die von sich aus schon eine absolute Präsenz haben. Wenn da drin denn jetzt noch so ein bisschen CGI auftaucht, ist das jetzt gar nicht mehr so schlimm. Und trotzdem, wie wir wirklich sehr, sehr viele natürliche Bilder haben, gibt es auch in diesem Film, wie es sich für einen Science-Fiction-Film mit Robotern, mit Raumschiffen, mit verrückten Kanonen halt gehört, auch unglaublich viele Computereffekte. Und für diese Effekte waren allein nur für The Creator 14 unterschiedliche Special-Effects-Studios mitverantwortlich. Zum einen Industrial Light & Magic, die vor allen Dingen ja sich durch die Star-Wars-Filme einen Namen gemacht haben. VitaFX, die neuseeländische Firma, die vor allen Dingen bei Peter Jackson und den Herr-der-Ringe-Filmen mitgearbeitet hat, waren unter anderem auch beteiligt. Und hier muss man sich jetzt natürlich fragen, warum sind denn das so viele? Aber hier wird ja Arbeit aufgeteilt. Die einen machen vielleicht nur die Roboter, die anderen machen vielleicht nur die Gesichter der Roboter, die nächsten machen nur die Hintergründe, die großen Städte, die uns ein Gareth Edwards in diesem Film liefert. Die nächsten machen nur die Autos. Und so wird hier die Arbeit aufgeteilt. Das Wichtige bei Gareth Edwards ist aber, die Kontrolle ist trotzdem in seiner Hand. Das ist halt das Positive, dass er hier so einen kleinen Film macht, der jetzt an kein gigantisch großes Franchise angebunden ist, wo dann viele versuchen, ihn hier reinzureden. Und die Tatsache, dass er hier versucht, Reales mit Virtuellem zu vermischen, spricht einfach denn auch am Ende für die Qualität des Films. Weil er hier wirklich versteht, ich drehe meine Einstellung so und weiß aber schon jetzt, dass da im Hintergrund denn noch irgendwo eine riesengroße Stadt steht. Und das macht es für ihn natürlich einfacher, Bilder zu liefern, die ein Special-Effects-Team dann auch gut umsetzen kann, um hier bestmögliche Effekte zu liefern. Und das hat Gareth Edwards übrigens auch in einem Interview bei einem Q&A zu einem Screening des Films bestätigt, nämlich, dass sie kaum Greenscreen benutzt haben, dass sie halt wirklich nicht großartig in irgendwelchen Studios gedreht haben, sondern draußen, da, wo er seinen Film halt auch spielen lassen möchte. Und das spürt man bei diesem Film wirklich an jeder Ecke. Und deswegen ist The Creator einfach einer der besten Sci-Fi-Filme, den wir dieses Jahr haben. Und da hatten wir in letzter Zeit auch nicht so viele gute Filme. Klar, James Camerons Avatar 2 und natürlich auch den Nivel Nervs Dune haben uns da gezeigt, wie es geht. Aber ein Gareth Edwards weiß einfach, wie er das macht. Weil wenn man zum Beispiel seine Filmografie schaut, sein allererster Film von 2010, Monsters, war ein sehr, sehr kleiner, feiner Science-Fiction-Film, wo er hauptsächlich halt einfach nur mit Handkamera draußen gedreht hat und dann eigenständig an seinem Computer in seinem Schlafzimmer einfach die Effekte nachgestellt hat. Dabei hat er dann natürlich auch irgendwo für sich gelernt, wie kann ich auch so ein bisschen vertuschen, dass es hier vielleicht nicht ganz so gut aussieht, packe ich irgendwo Nebel rein, drehe ich vielleicht mehr nachts, das haben wir zum Beispiel bei The Creator auch, dass sehr, sehr viele Sequenzen einfach nachts spielen. Dadurch ist es gleich ein bisschen dunkler, dadurch sieht man vielleicht so bestimmte gröbere Fehler gar nicht so doll, weil wir durch die Lichteinstellungen ganz andere Wahrnehmungen haben von dem, was wir sehen. Und das funktioniert hier, weil er sich eben auskennt, weil seine Vision wirklich hinter dem steckt, was er hier uns zeigen möchte. Und weil wir schon über das Problem Zeit gesprochen haben, Gareth Edwards hatte für diesen Film halt auch einfach Zeit. Die Idee zu The Creator kam ihm irgendwann 2019 und seitdem hat er kontinuierlich daran gearbeitet, konnte sich das hier wirklich alles gut ausdifferenzieren, damit wir am Ende diesen großen Blockbuster haben, den wir hier zu Gesicht bekommen. Und damit kommen wir zum Fazit. Zum einen müssen wir sagen, es liegt nicht immer unbedingt am Budget, ob wir jetzt gutes CGI bekommen oder schlechtes CGI. Es liegt mehr daran, wie viele kreative Möglichkeiten hat ein Regisseur und vor allen Dingen, wie viel Zeit haben auch alle in seinem Team, um einfach das bestmögliche Ergebnis liefern zu können. Weil du kannst noch so viel Geld da irgendwo reinschütten, wenn die Leute nur bis morgen Zeit haben, um irgendwas zu machen, dann wird es halt sehr, sehr schnell gemacht und sieht dann halt so aus wie bei She-Hulk oder wie bei allen anderen möglichen Sachen, die wir kennen. Und deswegen muss man hier einfach sagen, The Creator zeigt uns jetzt noch einmal, wie es gehen kann. Mit 80 Millionen Dollar kann man wirklich Sachen erschaffen, die einfach nur fantastisch aussehen. Und daran sollte sich das moderne Hollywood wirklich ein bisschen mehr orientieren, dass eben diese ganzen großen Superhelden-Blockbuster oder auch Blockbuster, die nichts mit Superhelden zu tun haben, sich mehr darum kümmern, dass die Special-Effects-Leute einfach die Zeit bekommen, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen, dass ihnen auch wirklich jemand klar sagt, was sie da eigentlich machen sollen. Bei einigen der Marvel-Filme tragen die Motion-Capture-Anzüge und bekommen dann irgendwie kurz vor Schluss mit, wie das Design des Superhelden-Anzugs jetzt neu aussehen kann. Das sollte nicht die Regel sein, das sollte die Ausnahme sein, weil es mal irgendwelche Nachdrehs gibt. Deswegen, Hollywood, wenn du jetzt dieses Video schaust, lasst euren Leuten einfach mal ein bisschen mehr Zeit, weil wir lieben nichts mehr, als gute Filme zu gucken. Und The Creator ist genau sowas. Ein guter Film, der uns zeigt, wie Reales und CGI Hand in Hand gehen kann und nicht das eine, das andere dominiert. Damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Jetzt bin ich natürlich auch auf eure Meinung gespannt. Was sind so eure Filme, die gute CGI haben? Welche großen Blockbuster, die schlechte CGI haben, kennt ihr noch so? Schreibt mir all das in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.